Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XRP News. Leute, es ist nun mal so, wie es ist. Wir sind wieder mal am Start. Ich weiß, ihr könnt uns nicht mehr sehen. Wie viele Tage jetzt? 5, 6 Tage wieder täglich Videos. Davor hatten wir einen Tag Pause, aber da waren wir auf dem Zweitkanal. Und, 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 ihr seht uns jeden Tag. Es ist nun mal so, wie es ist. Familie und Zusammenführung ist wieder mal. Leute, am Start. 50 Euro bei XRP ist keine Fantasie, sondern Tatsache. So ein Analyst. Abgesehen davon, Flair, die Beta-Vision geht los und vieles mehr, Leute. Wir labern nicht lange. Bleibt gespannt hier. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie, wie jeden Tag, zu unterstützen. Abonniert ihr diesen Kanal, werdet ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite. In diesem Sinne, rein in die Olga. So, Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu BitWaWO. Einfach, sicher und mit Paypal-Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro. Und die ersten 1.000 Euro sind gebührenfrei. Luis, ich kann dich aber langsam nicht mehr sehen. Also, jetzt müssen wir auch mal ein, zwei Tage mal Pause machen. Das kann ja nicht sein. Ja, langsam ist gut gewesen hier. Reicht. Ja, und zwar, wen wir jetzt sehr gut sehen können, und zwar, das ist Flair. Wir haben ja sehr, sehr lange nichts mehr von Flair gehört. Viele waren sehr, sehr enttäuscht in der Vergangenheit. Aber jetzt, Benutzer können XRP jetzt mit Smart Contracts verwenden, da die Beta-Tests für F-Assets beginnen. Also, sehr, sehr interessant. Also, Smart Contracts kommen auf den XRP-Ledger mit Flair. Ja, sehr, sehr revolutionär. Dank den F-Assets. Ja, und so werden wir die Möglichkeit haben, sage ich mal, durch die F-Assets interoperabel mit allen Projekten zu connecten. Also, das quasi auch Smart Contracts. Ja, und das F-Asset-Projekt ist eine Initiative, mit der das Team von Flair Network die Verwendung von Smart Contracts für Kryptowährungen ermöglichen möchte, die in ihren jeweiligen Netzwerken keine native Unterstützung dafür haben. Also, es bringt jetzt Smart Contracts, wie gerade schon erwähnt, auf den XRP-Ledger, was sehr interessant ist. Und das durch die F-Assets. So haben wir auch noch Möglichkeiten, ja, selber Geld zu verdienen. Wir haben da auch damals mal ein Video dazu gemacht. Das ist schon sehr, sehr lange her, einer unserer ersten Videos. Ich würde sagen, wir können da bald nochmal drauf eingehen, vielleicht nochmal ein Video zu machen, weil das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und wenn Flair jetzt wirklich startet, könnte das wirklich interessant für XRP und Ripple sein. Es gibt viele, die die letzte Zeit, was heißt, seit die letzten Jahren gesagt haben, Flair, das wird das neue Ding. Flair wird XRP zum Mond schießen. Aber irgendwie, Flair ist nicht wirklich durchgestartet, ne? Bis jetzt wirklich enttäuschend. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt mit der Beta-Version richtig gut läuft, dass die auch mal starten können. Kann nicht verkehrt sein, Luis. Ja, definitiv. Gerade in dem Kryptobereich wird oft immer angekündigt. Und keiner kann die ganzen Zeitpläne einhalten, weil es einfach schwierig regulatorisch ist. Und nicht nur regulatorisch, sondern auch, dass die Technologie, sag ich mal, erstmal am Start ist. Deswegen, Leute, die Anwendungen werden alle in Zukunft kommen. Und ich denke auch, Flair ist noch nicht abgeschrieben und wird in Zukunft noch sehr interessant für uns sein. Genau, und die Funktion, dass man da Geld verdienen kann, eine Art Staking. Hier steht es nochmal. Diese Assets, die sich im Flair-Netzwerk befinden, können dann für Smart Contracts-Funktionen wie die App-Nutzung und Staking genutzt werden. Also ganz, ganz cool. Wir geben unsere Assets, sag ich mal, zur Verfügung und dafür verdienen wir Geld. Also eine Art von Staking. So, ja, beschaffen wir dem Projekt Liquidität. Also sehr, sehr interessant. Hier können wir nochmal spezieller drauf eingehen, wenn euch das interessiert. Haut es auf jeden Fall dann in den Kommentaren rein. So, wir machen einfach zickzackmäßig die nächste News. Leute, wir haben Sonntag, Luis. Wir hocken hier schon wieder in der Bude. Ja, ist gut gewesen hier langsam. Ja, schauen wir uns die nächste News an. Ja, und die ist sehr interessant, Sina, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ein Krypto-Experte wieder mal, ne? Wir kennen die Krypto-Experte. Er sagt, XRP, das Erreichen von 50 Dollar ist keine Fantasie, sondern Tatsache. Und ob das wirklich so ist, ist natürlich die Frage. Wir haben letzte Tage schon 3 bis 50 Dollar. Er sagt, 50 Dollar als Konter sozusagen auf die letzte Nachricht. Ja, das ist ja wirklich unglaublich, ne? Wir kriegen ja wirklich täglich irgendwelche anderen Spekulationen hier und wirklich betont auf Spekulationen, weil das natürlich hier alles, ja, keiner hat eine Glaskugel, keiner kann in die Zukunft gucken. Aber Leute, trotzdem finde ich das hier alles sehr, sehr interessant. Und hier sagt er nochmal, dass XRP 50 US-Dollar erreicht ist keine Fantasie, sondern eine Tatsache. Der Jason läutete weiter, warum er glaubt, dass XRP derzeit unterbewertet ist und bald einen deutlichen Ausschwung erleben wird. Und hier erwähnt er es nochmal. Und das ist der unglaubliche Anwendungsfall und die Nachfrage von XRP, also der große Use-Case mit starken Partnern. Hier erwähnt er nochmal, dass XRP mehr als nur eine Kryptowährung ist. Er argumentiert das als globales Netzwerk fungiert und das Internet der Werte ermöglicht. Also da, wo wir auch nicht drüber reden, die ganze Zeit. Wir brauchen Anwendungen, wir wollen jetzt diesen Pump und Dump nicht haben, sondern wirklich, wir brauchen Anwendung, Anwendung, Anwendung und das wird im Hintergrund alles aufgebaut. Wir sehen genau das in den News. Nochmal für die Leute, die sich immer fragen, warum sehen wir jetzt aktuell keine Preisanstiege. Die Coins sind einfach noch gekoppelt. Natürlich haben wir immer mal News, die von großen Wahlen genutzt werden und Preisanstiege zu beschwören oder auch natürlich alles in eine andere Richtung. Aber ganz wichtig zu sagen, die News zeigen uns die Anwendung in der Zukunft. Ja, seine Gründe sind auch Geschwindigkeit, Kosten und ich habe mit den einen oder anderen heute Morgen noch drüber gesprochen. Er ist der Meinung oder hat Beweise, dass XRP jetzt noch schneller sein soll. Leute, ich weiß nicht, wir sind jetzt gerade bei drei bis fünf Sekunden. Es soll noch schneller sein. Also ob das wirklich so ein großer Vorteil ist, ich weiß nicht. Und so schneller, und so besser. Aber irgendwann mal ist es doch gut gewesen. Wir schicken XRPs ab, die sind innerhalb drei Sekunden da. Oder so schnell kannst du nicht mal dein Handy umdrehen. Also ich weiß nicht. Es ist heiß ja auch nicht immer, umso schneller, umso besser. Wir sehen es ja auch bei Solana. Wir hatten damals ja letztes Jahr auch viele Ausfälle immer. Deswegen, wir brauchen, was wichtig in dem Bereich ist, eine hundertprozentige One-Time, die Ripple XRP hat. Also hier wirklich sehr interessant. Ja, dann einmal eine persönliche Herzensangelegenheit. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Cointrends. Folgt gerne mal rein. Lass gerne mal ein bisschen Liebe da. Ja, jemand, der auch sehr, sehr viel am Hustlen ist und sehr, sehr coole Videos macht. Deswegen schaut gerne vorbei und lasst liebe Grüße da. Ja, Luis, dein Onkel hat wieder mal etwas zu berichten. Ja, Sina und ich würde sagen, wir schauen uns auch gleich mal deinen Onkel hier an. Ja? Okay. Ja, hier und zwar sehen wir ihn jetzt hier eingeblendet. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Wie, hast du jetzt, also ich weiß ja jetzt, was der einblendet. Der möchte auf jeden Fall meinen Onkel einblenden. Schreib mal in die Kommentare. Ich werde es jetzt nicht sehen. Ich weiß ja, er schneidet das Video gleich, was der einblenden wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wen du als mein Onkel siehst. Ja, wie witzig auf jeden Fall. Aber Leute, wir haben noch trotzdem sehr interessante News und zwar eine News, mit der ich mit dir nochmal drüber sprechen möchte, Sina. Da haben wir vor ein paar Monaten schon drüber gesprochen und das wird jetzt wieder ein bisschen aufgeflammt. Und zwar, warum XRP nach fünf Monaten nicht zum Ripple Liquidity Hub hinzugefügt wird. Und hier haben wir nochmal ein Statement vom Ripple CTO David Schwarz. Und es wäre totaler Schwachsinn, wenn sie das jetzt tun würden und XRP hinzufügen würden, dann haben sie auf jeden Fall nochmal wieder eine große Angriffsfläche für die SEC. Sie müssen erst regulatorische Klarheit haben. Den Kampf beenden und dann kann es wirklich mal richtig losgehen. Auch dann kann es erst richtig mit Anwendung losgehen. Und hier haben wir nochmal das Statement dann von dem David Schwarz ganz unten. Ja, und der Rechtsstreit ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Und sowohl in den USA als auch in vielen anderen Regionen gibt es noch keine Fortschriften. Und hier betont er nochmal, Geduld macht das Rennen. Ja, Leute, wir sind einfach generell in der ganzen Finanzwelt generell mit Blockchain-Technologien noch nicht so weit, dass wir die hundertprozentige Anwendung jetzt sehen werden. Deswegen, wir müssen uns gedulden. Es wird im Hintergrund gerade alles aufgebaut. Geduld macht das Rennen, Luis. Also wenn das wirklich so ist, dann sind wir Weltmeister. Davon gehen wir aus. Ja, definitiv. Die XRP-Community ist auf jeden Fall Weltmeister. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen hibbel, Leute. Ich möchte gerne wissen, welchen Onkel, der eingeblendet hat. Bitte blende ihn jetzt hier an dieser Stelle nochmal ein. Blende ihn zweimal ein. Hauen wir rein. Ja, hier ist ein Bild, Luis. Ja, passend gerade zu unserem Statement, ne? Ja, genau. Und darüber wollten wir ja sprechen, weil dieses Bild sagt doch alles. Das sagt alles aus, ja. Das ist doch wirklich so. Es geht nicht nur immer hoch, hoch, hoch oder zu der Ziellinie, sondern wir haben Höhen und wir haben Tiefen. Und das müssen alle Leute verstehen. Genau, das ist es nämlich. Und das verstehen die meisten nicht, die gerade neu in dem Markt sind. Die wollen direkt, wenn die jetzt investiert sind, nächstes Jahr schon Millionäre sein. Und die Emotionen drehen immer durch. Und gerade die Leute, die dann da bleiben, wenn es runtergeht, ja, die werden dann irgendwann die Belohnung einkassieren, ne? Wieso hat unser holländischer Freund das hier eingeblendet? Und passend dazu, komm, wir machen noch Dinge. Wir haben ja gesagt, wir verlosen immer etwas. Wir verlosen heute unter dieses Video einfach einen Gibi. Wir haben ja noch Gibi, hier, passend zum Bild. Hier, Gibi, verlosen wir. Gibi-Aktivkult-Filter, eine große Mac-Attack hier. Einfach unter dieses Video verlosen wir. Also unter alle Kommentare verlosen wir. Scheißegal, was ihr. Ihr könnt von mir aus ein Herz reinschreiben, verlosen wir auch so ein Gibi hinterher. Weil wir haben gesagt, wir wollen täglich eigentlich was verlosen, ne? Und was haben wir noch hier, was auch sehr interessant ist? Ein cooles Projekt. Wir haben gestern schon ein cooles Projekt gezeigt. Cairo Finance, sehr cool. Aber heute haben wir auch was sehr Interessantes. Ja, und zwar Arcane, Bereitstellung des effizienten Echtzeitshandels. Also gucken wir uns mal die ganze Geschichte her. Es ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Also hier nochmal All-in-One. Also greifen Sie nur in wenigen Klicks auf primäre DeFi-Tools zu. Ja, Leute, DeFi-Projekte sind in aller Munde. Und das auf dem Projekt Arbitrum. Ja, mit aktuell 204 Nutzern, 3845 Transaktionen gesamt, vier Liquiditätsquellen, ein gesamtes Handelsvolumen von 24,7 Millionen und einen gesperrten Gesamtwert von fast 2 Millionen Token. Also sehr, sehr interessant. Hier nochmal. Arcane Dex ist eine dezentrale Finanzplattform im Arbitrum-Netzwerk, die Funktionen wie Echtzeitshandel und eine Handelsrangliste, Portfolioverfolgung und Futures bietet. Es unterstützt den Handel mit beliebten Kryptowährungen und bietet Tools für die Markttrendanalyse und Leistungsverfolgung. Die Plattform verfügt auch über den Yield-Fault für Staking und Liquiditätsbereitstellung. Und zukünftige Updates werden Copy-Trading, unbefristete Verträge und erweitertes Multi-Chain-Handel. Also hier sehr, sehr interessant. Auch ein ganz, ganz kleines Projekt, Leute, was ja auch im Use-Case-Bereich rein möchte und nicht den Meme-Coin-Status einmal haben möchte, sondern wirklich interessante Produkte auf den Markt wirft zur Nachverfolgung und Analyse von Projekten. Ja, anscheinend gibt es auch ein Bot, Leute, was auch interessant ist. Und den entsprechend haben die auch eine Telegram-Gruppe und dieser Bot sagt dir dann, ob du Long oder Short gehen sollst. Ja, sehr, sehr interessant, wie ich es dir dann gerade erwähnt habe. Also Benachrichtung kriegt man aufs Handy direkt über Long- und Short-Orders von Top-Händlern. Und das Projekt hat auch sehr interessante Partner hier. Wie gesagt, das Projekt läuft ja auch auf Arbitrum, aber dann noch Kyber Network, Arve, Camelot und Uniswap. Also auch große Partner am Start. Ja, das Projekt ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schaut auf jeden Fall mal selber rein. Hier haben wir noch dann die kostenlosen Zugang zu den ganzen Markt-Tools, die am Start sind, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben. Die ganzen Trend-Analysen. Schaut euch das Projekt einfach mal an. Es ist sehr, sehr interessant. Anscheinend ist auch eine Twitter-Seite, Twitter sagt man ja nicht mehr, X sagt man Luis, ne, heutzutage, ist auch vorhanden. Und die ist noch ein bisschen klein. Also, ja klar, ist noch ein ganz neues Projekt mit 2878 Follower. Aber die könnte noch wachsen, weil solche Projekte wachsen jetzt gerade, jetzt gerade kommen die alle, ne. Wie Pilze im Wald kommen die alle raus, Luis. Und kurz vor den Halvingen vom Bitcoin kommen diese ganzen Projekte und alle wollen natürlich ein Stück vom Kuchen haben, ne. Ja, hier nochmal das Disclaimer, Leute, ihr kennt das Spielchen. Es ist natürlich ein sehr, sehr kleines Projekt. Versucht aber auch hier in den Use Case reinzugehen, was ich sehr, sehr interessant finde. Es bleibt natürlich spannend, wie die Geschichte von dem Projekt weitergeht. Es liegt alles an der Community, gerade bei so kleinen Projekten entscheidet einfach der Hype sehr, sehr viel. Und ich denke, wenn die jetzt wirklich anpacken, viel Werbung schalten, viel in den Bereich reingehen. Weil gerade zur Marktanalyse, ja, könnte es ein sehr, sehr interessantes Projekt sein. Wir werden auf jeden Fall dieses Projekt weiter beobachten, Leute, für euch. Keine Frage, auch andere Projekte werden wir weiter beobachten und bleibt auf jeden Fall gespannt. Wenn wir coole Projekte haben, haben wir gesagt, wir werden nicht nur XRP News hier machen. Wenn wir coole Projekte haben, werden wir das natürlich vorschlagen. Und wir freuen uns und sind richtig stolz drauf. Wir binden das nicht wie der eine oder andere dick auf die Nase. Aber wir wissen, der eine oder andere, viele von euch, haben richtig Kohle bis jetzt gemacht mit vielen Projekten. Und das Wichtige ist, wie Louis schon sagte, Aussteigen ist wichtig. Und keine Finanzberatung. Ganz wichtig, Leute, informiert euch immer selber die Projekte. Nicht nur über das, sondern auch Ripple und alle anderen Projekte. Das ist alles nur unsere persönliche Meinung, wie wir uns selber informieren. Und ja, ihr müsst den Rest tun natürlich. Ja, ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen, dürft ihr alle kostenlos erstens diesen Kanal abonnieren. Und zweitens vor allem, Louis, morgen ist hier. Ist nicht, ne? Also ich möchte auch mal ein bisschen Ruhe von dir haben. Das reicht doch. Übermorgen sind wir wieder am Start, Leute. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr zu den ganzen News hier sagt. Und schreibt auch in die Kommentare, ob es gut gewesen ist, weil wir können uns doch nicht jeden Tag treffen. Wir können doch nicht genug von uns kriegen. Also Olga ist auch schon eifersüchtig, weil sie jeden Tag hier in der Hütte. Ja, Leute, in diesem Sinne, haut rein, Leute, haut rein. Schreibt den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sinan-Luis-BO-Doppel-Z sagt von Herzen Dank.